irgendwas sagen ich habe mir ich habe von 2000 bis 2011 genossen ja aber ich habe da als kind doch übel zu verhaben ja ich hatte da als kinder von den eltern übel zu verhaben ohne scheiß jetzt also ohne ohne bleu ohne bleu hat er wirklich so verhaben also fast jeden tag sogar ja dann sauer bin ich auch nicht den münzen kannst du mal dem kollega der nächste ja es wird auch schon die controller zu finden das sind ja schon mit akku schnader muss das akku drunter stehen anscheinend jemand zum arzt muss ja todesvorteil sagt immer dazu wenn ich in kragen ausgehen dann verletze mich selber nein nicht aber ja ich sag's mal so ich will lieber tot als operieren zu lassen ja ja das wär mir wirklich lieber also denn wenn man das gut wirklich lieber nicht weil chirurgen hassen tun sondern weil ganz innerwes dass seine merksfusik aufschneiden ja das wesentlich merkt man richtig also mein schlug kind schmerz aber hatten feucht und hat einen man merkt so eine feucht am körper ja wenn man unter anarkose ist ja und denn es ist so viel groß angst aber ja und da sage ich wirklich der tod werden wir viel lieber er ja ja ohne scheiß jetzt ja weil das ist wirklich also wissen weil du willst aber doch schlimmer eine op ist wenn man wenn man bei der operativen dritten auf aufwacht dann schützt man erst recht den schmerz ja und dann kann man das erinnern dass du mit schmerzen krepieren tust ja und jetzt will ich ja nicht also ich sag so der tod ja wir haben einige sicherer ja das muss ich sagen das geht oh da sagen wir wieder gar nichts gar nichts ist so schön ich hab's noch nicht wenn ich mir ausgedacht hab ich hab mir selbst ausgedacht aus maruka aus mario was ist sonki kommen gar nichts gar nichts gar nichts ist so schön da kann ich es irgendwie weiss was ich nicht erzähle dann ja ja das ist dann gar nichts schön das müssen wir mal erklären ja spring zu früh scheiße weil die jagdfressen schaffen sowieso nichts nee scheißdinger ey ich sag's mal so viele hassen mario party 1 aber dieses spiel ist mir absolut der liebste von einem mario party teilen absoluter favorit ja aber wie gesagt also geiler spruch gefällt mir gleich dafür jetzt bei der kehrer kann ich dann diesen komischen spiel wieder ja oh oh luigi super tomtom so geht's den partner op oder super tomtom benennen das kommt wirklich extrem selten vor ja das kommt selten vor ja das toddy angepasst ja pechabengel ja oh ein spieler minuten spieler kommt nicht ich fühle mich nicht konzentrieren und vergessen ja na schon aber nicht bei hüten spiel da hätte ich ja die augen zu gemacht weil ich mach das nicht ne tut mir in den augen wieder scheiß ja tut nicht weh aber nicht so anstrengend und die könne ja den augen toll an sind schwieriger ja Und Hennu hat sich gefreut. Hi, wie schön. Sag mal, im Falschen immer so riskant. Komm, man hat es kaum merken, weil der Autorler so, ja, so gesagt eben, so, ähm, davon gewischen war, ja. Ja, oder wie man es so nennt. Ist mir auch egal, ich heiße auf Bildung. Richtig Super TomTom, ja, wird Super TomTom bleiben, ja. Oder? Ja. Super TomTom, na, wie geht's, du kleiner, kleiner TomTom. Die Tänker singt, ja. Super TomTom. Ja. Ja. Ich weiß nicht, passt ja beide den Part drin. Angst vor OP und, ja, Angst vor OP und, ähm, ja, Angst vor OP und, ähm, Super TomTom, ja. Sequel Super TomTom, ja, wahrscheinlich. Weil der kommt jetzt halt in ein paar Tagen, weil, ja. Bonki, immer einen Schlag auf die Fresse von der Arzt, ja, zeigt mal so. Schlag auf die Fresse. Ja. Oh, er hat einfach überholt. Nice. Na, Super TomTom, wie geht's dir so? Alles Schritt in Schritt? Ja. Ja, Super TomTom muss noch warten. Ja, super TomTom. Ich kann nicht Sinn. Super TomTom. Ist doch ein Schatz. ich bin ganz ich bin ganz voll voller eifer klasse aber das heißt ja sind der verbündete ja jetzt nur 20 runde das muss 50 runden nehmen das recht millionen abonnenten muss man nicht aber der ja das mal so ich habe ihn abonnenten als wessler basti aber eher die sender kommentar oder wir bock hat eigentlich aber das ist einfach echt wenig ja total abgegeister scheiße um die drei die drei ja zwei haben wir sie legen cut machen waren wir jetzt 20 minuten nämlich voll nur immer erst mal nix leute doppel tomtom das kommt der nächsten part vor freut euch darauf